Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unter Schleißheim in 60 Sekunden. Gestern fand in einer schwierigen Situation die Stichwahl in unserer Stadt statt. Ich freue mich sehr über die Wiederwahl zum ersten Bürgermeister und danke Ihnen für das ausgesprochene Vertrauen. Ich versichere Ihnen, ich werde auch in der Zukunft mich für das Wohl aller Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt einsetzen. Der neue Stadtrat setzt sich ab Mai nun so zusammen. Das Miteinander aller demokratischen Parteien ist auch weiter mein Ziel. Nur gemeinsam können wir die Herausforderungen bewältigen. Das zeigt sich auch in der aktuellen Corona-Krise. Ich bin froh, dass die allermeisten von Ihnen den Ernst der Lage erkannt haben und Ihren Aufenthalt in der Öffentlichkeit und ihre sozialen Kontakte auf ein Minimum begrenzen. Wir dürfen aber nicht nachlassen, denn wir sind bei Weitem noch nicht über dem Berg. Ich versichere Ihnen aber, die Stadt wird in dieser Situation niemanden alleine lassen. Wir haben eine Hotline zu Fragen zum Coronavirus und eine für Hilfsbedürftige eingerichtet. Hier erhalten Sie Hilfe und Rat. Lassen Sie uns die Krise gemeinsam überwinden und bleiben Sie gesund! Und hier erhalten Sie uns die Krise im Ganzen. Das ist die Krise, die Krise im Ganzen! Das ist die Krise im Ganzen! Vielen Dank!